Name your game. Kommt, obwohl sie von den Ereignissen mitgenommen ist, erholt sie sich gut und wird bald wieder auf der Straße unterwegs sein. Die Privaten fangen jetzt auch an, unsere öffentlichen Verkehrsmittel zu übernehmen. Genau aus diesem Grund muss Tyrek für weitere zehn Jahre im Amt bleiben, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die neuesten Umfragen werfen. Es sieht so aus, als ob Tyrek immer noch der Favorit ist. Es ist im Grunde einstimmig, liebe Zuschauer. Das Volk liebt Tyrek. Wie Sie wissen, ist die Sonja-Show sehr besorgt über die Jugendlichen, die weiterhin auf mysteriöse Weise verschwinden. Schauen wir uns den heutigen Bericht über vermisste Jugendliche an. Denken Sie daran, wenn Sie Informationen haben, ruft Sie bitte die Sonja-Hotline an. Ah, da können wir was machen. Er ist seit fünf Tagen. Alter 14, 17 Dollar. Zuletzt gesehen 2040 Kilometer von der Grenze. Wir counten auf Ihren Unterstützung. Klicken einfach jeden was an, oder? 20. Juni 1996, 2040 Kilometer zur Grenze. Du kannst jede Rufnummer anrufen, die du findest. Vielleicht kannst du auf diese Weise einige Geheimnisse aufdecken. Das ist so schön interaktiv. Ah, das ist Zoe, die versucht per Anhalter zu fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, da kommt jemand. Border. No concession. Bei all der Feindseligkeit ist es normal, dass die Polizei hart durchgreift. Warte mal, sagst du etwa, dass die Polizei berechtigt ist, Gewalt anzuwenden? Ich bin froh, dass du hier bist. Jetzt bin ich nicht die Einzige, die dem ausgesetzt ist. Danke fürs Mitnehmen. Die Leute plündern, Jeff. Was soll das bringen? Plündern macht Sinn, wenn das System so kaputt ist. Darfst du die Reden immer so? Ich hoffe nicht. Sie haben uns mitgenommen. Das war nett. Auch wenn sie uns jetzt foltern. Naja, ich schätze, ich kann mit dir nicht darüber reden, oder? Du bist also einer von uns, nicht wahr? Einer von euch? Du versuchst, die Grenze zu überqueren, so wie ich. Kann dir das ansehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Dann lass uns über etwas anderes reden. Glaubst du, die wissen, was wir wirklich vorhaben? Auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall. Also, ich habe eine Idee. Ja? Lass uns dieses Spiel spielen, das ich gefunden habe, und Musik hören. Hier, nimm meinen Walkman. Warte, hast du das schon mal gespielt? Ich kenne gern die Stärken meines Gegners, bevor ich ihn platt mache. Ich habe mal gegen meine Ura verloren. Dann wird das wehtun. Tut mir leid. Wer zuerst vier Steine in einer Reihe hat, hat gewonnen. Oh, geil. Ich liebe das Minigame. Hat schon verloren. Du hast mich besiegt. Das war wohl an der Zeit, dass ich endlich mal verliere. Also, gefällt dir die Musik? Du brauchst keine Angst zu haben, meine Gefühle zu verletzen. Ich bin ein großes Mädchen. Ja, absolut. Ich habe alle möglichen Kassetten. Hier, du bekommst ein Sammlerstück gefunden. Revolution oder Revolution 96. Warum willst du die Grenze überqueren? Um ein neues Leben anzufangen. Nein. Um ein Leben zu haben. Mein Vater denkt, ich habe Glück, dass wir ein großes Haus haben. Und ich auf eine Privatschule gehe. Aber ich nicht. Glaub mir. Sind die Dinge kompliziert mit deinem Vater? Ja, kann man so sagen. Hör zu. Ich werde dir etwas erzählen, okay? Vielleicht sollte ich das nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Mein Vater ist der Ölminister. Wie bitte? Auf keinen Fall. Nicht so laut. Habt ihr etwas gesagt? Äh, nur dass du einen tollen Wagen hast. Dein Geheimnis ist sicher. Danke. Ich fühle mich jetzt besser, jetzt wo ich es jemandem erzählt habe. Ich wollte es diesem einen Kind erzählen, aber wir wurden bei unserem Campingplatz rausgeschmissen, bevor ich die Möglichkeit dazu hatte. Könntest du das einfach vergessen und denken wie vorher? Wie habe ich vorher über dich gedacht? Als dieses exquisite Wesen, mit dem du das Glück hast, die gleiche Luft atmen zu können. Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Danke. Hey, Kids. Oh, viel Glück. Darf ich dich was fragen? Natürlich. Ich habe mich gefragt, würdest du sagen, dass du politisch bist? Nein, nicht wirklich. Und was ist mit dir? Nein, bin ich nicht. Aber du haust ab, weil Petri ja Probleme hat? Und bitte streite das nicht ab. Das ist eine Untertreibung. Echt jetzt, Jeff? Wie auch immer, ihr beide wollt abhauen, also seid ihr politisch. Zumindest meiner Meinung nach. Das ist schade. Also, da du es bist, Jeff, fast fertig. Was wirst du tun, um dieses Land zu verändern? Einen neuen Anführer wählen. Das könnte funktionieren. Ich bin nicht sicher. Das System mag kaputt sein. Sicher ist aber, dass es die Jungen sein wird, die den Wandel herbeiführt. Wenn überhaupt. Endlich sind wir uns über etwas einig. Wir werden eine Veränderung schaffen. Ich bin froh, das zu hören. Oh nein, Verkehrskontrolle. Bist du zu schnell gefahren? Nein, ich meine, ich glaube nicht. Oh shit, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Kacke hier am Dampfen. Police Patrol. Bleibt alle ruhig. Kinder, überlasst uns das reden. Komm, wir trinken mal was. Natürlich. Verkehrskontrolle, Ihren Führerschein und Ihre Zulassung, bitte. Stets zu diensten, Sir. Sir, er ist nichts weiter als ein Zombie von der Verkehrskontrolle. Sei still, So. Sind das Ihre Kinder? Nein, ich nehme sie nur mit. Ich verstehe. Oh oh. Wie geht es Ihnen, Officer? Also, Klee, kleine Lady, du scheinst ein wenig nervös zu sein. Ja, alles in Ordnung. Sag mal, du siehst aus wie eines der Kinder auf den vermissten Plakaten. Das höre ich öfter. Darauf wette ich. Naja, lass mich mal deinen Ausweis sehen, nur um sicher zu gehen. Was wäre, wenn wir eine Spende an die Verkehrspolizei machen würden? Eine Spende? Ja, das könnten wir machen. Nun, ich schätze, für eine Spende könnte ich doch mal wegschauen. Vielen Dank, Officer. Warte, du wirst diesem Kerl doch nicht wirklich Geld geben, oder? Doch. Sie versucht zu helfen. Es sind Leute wie du, die dieses Land ruinieren. Bitte. Sei still. Kriegen wir die zum Schweigen. Sei still, Zoe. Ach komm schon, dieser scheiß Haufen in Uniform wird gar nichts tun. Das reicht, du kommst jetzt mit. Was hast du getan, Zoe? Pass mich dich an, Bullenschwein. Was sollen wir tun? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Bleib im Auto, Mädchen. Mach, was er sagt. Es geht schief. Du hast nicht versucht, Zoe zu helfen. Nee, was soll ich denn machen? Es war eine schwierige Entscheidung, aber du hast die richtige Wahl getroffen. Er hätte dich nach, du weißt schon, wohin geschickt. Ich hoffe nicht, aber irgendwie glaube ich das noch nicht. 1.549 Kilometer bis zur Grenze. 21. Juni 1996 Let's get serious. Wir entfernen uns mal von der Straße. Wir vandalieren. Was ist das denn? Können wir nicht, den Müll durchsuchen. Hier können wir auch nichts holen. Können wir ja gar nichts machen. Geh mal mit dem reden. Hm, Chucks hat aktuell geschlossen. Renovierungsarbeit. Warum bist du dann hier? Ich bin der Projektmanager. Ich muss auf Toilette. Du und der dünne Team. Na los, geh schon, aber behal dich. Dankeschön. Ich hab gewonnen. Rück die Scheine rüber, Robert. Ich bin raus. Möchte jemand anderes es mit dem Kerl aufnehmen? Ich ne, ich Papa Bear hat einen Airhockeypark mit dem Teufel geschlossen. Du hast schon kennengelernt. Ihr seid alles Schwächlinge, aber was ist mit dir, Kind? Ich probier's mal. Wir haben einen Herausforderer. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt. Los geht's. Okay. Das wird immer schneller. Der hält ja alles. Asozial, ey. Du lässt dich doch nicht von diesem alten Opa schlagen, oder, Kind? Ich mach jetzt Agro. Perfekt. Du bist nicht in der Olympiamannschaft, oder? Du hast mir den Tag versüßt, Kind. Jetzt wird es wieder schwieriger. Wenn ich nur einen Drink nehmen könnte, dann würde ich zur Wand werden. Scheiße. Wir müssen gewinnen. Perfekt. Ich wusste es. Das Kind ist ein Gewinner. Das kann ich nicht ab. Das kann ich überhaupt nicht ab. Aber du hast mich besiegt, Junge. Ehrlich und fair. Ja, wir haben Dollars gewonnen. Kommt schon, Drinks für alle. Ich bezahle. Ich bin sicher, du bist nicht auf der Olympischen Squad. Mit dem kann ich nicht reden. Mit dem. Wow, ist das cool hier. Ja, oder? Ja, Chucks ist unser offizieller Treffpunkt. Verrate es. Nicht den Bullen. Es ist lockerer als es aussieht, Junge. Gut, glaub mir. Ich sage mal nix. Chuck, gib dem Jungen einen Märtyrer. Hier kommt er. Bist du dir sicher, Roberts? Unser Freund hier ist praktisch ein Erwachsener. Habe ich nicht recht? Go, go. Hey, ja klar bin ich das. Trinken. Cheers. Es ist sicher, unter freiem Himmel zu schlafen. Wer keine Kohle hat, hat keine Wahl. Es ist sicher, meistens. Mach es einfach nicht zu oft. Das war ein guter Tipp. Es ist einsam so alleine auf der Straße, nicht wahr? Es kann sich durchaus so anfügen. Dann hier noch. Habe ich dich vorher schon mal gesehen? Mich? Nein. Ich heiße Robert, Kind. Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Weißt du, ich glaube, es gibt einen Grund, warum du heute hier bist. Vielleicht solltest du weitergehen, Jungblut. Es wird langsam spät. Alles okay, Jungblut, du siehst da ein bisschen komisch aus. Ich hätte nicht trinken sollen. Verdammt, Chuck. Was hast du in den Drink getan? Den Märtyrer? Alles. Später. Nicht sehr erholsam. Kind, wach auf. Wach auf. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, weil jetzt können wir seine Wohnung ausrauben. Märtyrer sind gut. Haha, ich verstehe. Komm schon, ich will dir etwas zeigen. Etwas Großes. Jo, dann zeig mal. Oh, nice. Willkommen in meinem Geheimversteck der Brigaden. Was ist das? Das essen wir mal. Perfekt. Geld? Was ist das denn? Türschlüssel. Perfekt. Nehmen wir auch. Hier sonst nichts mehr. Bin schon gespannt. Hier gibt es allerhand Dinge. John und ich waren 1986 an der Grenze. Die Brigaden gibt es schon seit vielen Jahren. Der Sender ist einer unserer größten Erfolge. Belohnung. Rufen Sie 96112 an, wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigade haben. Wir haben viele Jugendliche in Form an. Wir hoffen, dass es einer rüber schafft und uns von der anderen Seite helfen kann. Perfekt. Das sind genau die Richtigen. Hoffnung für Petria. Präsidentschafts-Zahlen 1996. Wählt für Veränderung. Wählt Senatorin Flores. Sonst haben wir hier wohl nichts mehr. Du wolltest mir etwas zeigen? Ja, das? Was macht das Kind hier, Robert? Egal. Das Kind ist politisch. Außerdem sind wir nicht auf der Suche nach frischem Blut. Ich werde nichts sagen. Siehst du? Sie wird kein Wort sagen. Ich eröffne hiermit die Sitzung. Hör zu. Ich habe einen Plan, eine Werbetafel zum Einsturz zu bringen. Wir locken die Polizei an, indem wir ein gefälschtes Signal senden. Wenn sie ankommen, boom, werden wir den Sprengsatz zünden. Das ist kein großer Schritt, aber es ist ein guter Anfang und wird eine starke Botschaft senden. Gibt es irgendwelche Freiwilligen? Ich melde mich freiwillig. Das ist großartig, Kind. Aber ich denke, wir werden hier die kampferprobten Brigaden einsetzen. Ich mach's, Robert. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Sie schicken Jugendliche ins Arbeitslager, John. Proteste reichen nicht aus und Flores wird auch nicht reichen. Robert hat recht, wir müssen angreifen. Jetzt. Alex, unser kleines Genie, wird uns helfen, das Gerät zusammenzuschälen. Wenn alles gut geht, kann er uns etwas Größeres und Besseres für den Wahltag bauen. Das Kind ist raus, Robert. Er will nichts damit zu tun haben. Wir brauchen Alex nicht. Wir können jemand anderen finden, der das macht. Ich sage es euch, Gewalt wird mehr Schaden als nützen. Schon komisch, nicht wahr? Warum? Komisch, weil John und seine Freunde diejenigen waren, die 1986 den Lasse gefahren haben, um Tyrek zu töten. Ich habe mich verändert, Robert. Ja, hast du. Schau, wir sollten abstimmen und das sofort klären. Wie er von euch meint, dass die Brigaden aggressiver sein müssen. Ich nicht. Ich. Ich. Ich enthalte mich. Ich nicht. Ich nicht. Ich. Drei gegen drei. Lass uns das Mädchen fragen. Immerhin ist sie hier. Adessa, hast du sie hierher gebracht, um sie auf deine Seite zu bringen. Unglaublich. Kind, was denkst du? Kind, was denkst du? Woah. Grünen.